Hier sehen wir ein riesengroßes Kreuzfahrtschiff, wo jetzt in Miami den Hafen einfährt. Er sieht halt bloß nicht, was es für eins ist, aber es ist traumhaft schön, wenn man hier ist kurz vor sechs und die Schiffe alle einfahren. Die kommen jetzt in Rudel, hier wenn man weiter geht, dann kommt das nächste. Das ist dann hier ein kleineres Schiff. Ich schätze mal, die werden mit Schleppern reingemacht. Und hier draußen, eins nach dem anderen.